Ja? Aha! Aha! Das kannst du nicht mehr in den letzten Moment! Hm! Öhh... Öhh, zur Scheidung! Ich kann mal reden, können wir nicht tun? Hallo? Ja! Hey Mann, ich bin... tut mir leid, weil ich so spät... ...hör mal anrufe. Ist Köln da? Ja, eine Sekunde. Ich bläst doch. Hallo? Vielen Dank.